Jetzt sind wir gleich wieder einig. Jetzt sind wir bretto am Katzberg. Mir gefällt es da nicht und da nicht. Weil wie kann man denn überhaupt das unterhalten? Einig oder Csarek. Csarek hört sich witziger. So sieht es super aus. So, dann gehen wir heute mal am Katzberg weg. Haufen Schnee. Der Willi ist jetzt auch der Erste. Schau'n an. Der kennt gar nichts mit der coolten Hose. Nicht so wie daheim. Daheim ist finster und es bleibt nicht. Da bleibt es. Wir brauchen Sonnengrün. Herrlich. Jetzt gibt es am Anfang schon den mit rum. Das ist genial. So, wir haben etwas dazu gewonnen. Aber es ist auch noch nicht so spät wie das, dass wir in Kärnten sind, oder? Ja, genau. Fast genau. Zwecks der Ästhetik macht jeder seine eigene Spür. Hier wird es. Hier haben wir ihn. Ja, hier haben wir ihn. Da ist es genau das. Genau. Hallo! Du siehst ja schon fast der Schnee ein, so schön liegt der Tod. Der Wind weiß ich ein bisschen, aber die haben ja schon einen Hüttang gefunden, gell? Jetzt soll ich da reingehen in den Viechunterstand, obwohl es in dem Sinne schon fast eine Bergsbettelunterkunft wurde. Hast du es schaffen? Ein Viechunterstand? Zum Glück gibt es wie immer einen Gipfel Schnaps. Prost! 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 Die Mellen muss sich richten auf die Hülle. Vielen Dank für dein Szenen! Das muss irgendwo ein Verhältnis sein. Ja, jetzt muss die Verhältnismäßigkeit geraten. Oh, danke. Ein gescheiter Schluck sind 1000 Höhenmeter. Genau. Ah ja. Ah ja, das ist schon okay. Danke Walter. Bitte. Auf geht's. Uuuuh. Ja, wir haben noch einen Schmuck, wo ich schon da nehme, Herr Leho. Ups, schon. Achtung, da ist ein Mulden, ja. Achtung, da ist ein Mulden. Achtung, da ist kein Markple탄. En Almie. Achtung, da ist ein Mulden. In Taher – Jetzt ist ein betrogener Schnee, da ist ein betrogener Schnee. Da ist der Schi daheim. Da merkt er, der macht den Lundschwund. Der kleine Korn, der kleine Korn, der kleine Korn. Das passt schon mit Löffeln, glaube ich. Für Kaiser. Super. Ja. Ja.